Das war Jessys Signal! Das heißt, sie hat nen Weg reingefunden. Los. Ja. Weit und breit niemand zu sehen. Haben sich wohl versteckt? Heda! Oh, hm? Da! Da ist einer von ihnen! Knallt ihn ab! Hä? Uah! Ja! War's das? Hä? Stirb! Dauer, die sind aufzählt hier! Da sind noch mehr, Dränglinge! Wir brauchen Verstärkung! Erledner für sie! Ehe sie uns erwischen! Hies! Zieh! Zier! Schnell! Ehe sie uns auf die Gäste! Führ sie! Ich... Ich werde nicht weiter. Warte! Oh, Schiss! Genug. Besser! Sie kommen leer! Verdammt, wo bleibt die Verstärkung? Schallt! Was haben Sie? Bist du nicht weiter? Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lagerhannes Team 6. An alle Einträgen! Sofort umrücken! Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lagerhannes Team 6. Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lagerhannes Team 6. Der Kreisringling ist möglich! Bist du nicht? Tops! Bist du nicht? Warte, Hölle! Was geht dir vor? Die Ertage! Genug! Mist, das hat uns gerade noch gefehlt. Dann mal auf ins Vergnügen. Na warte! Dreckige Sonne, Schiefer! Dreckige Sonne, Schiefer! Dreckige Sonne, Schiefer! Dreckige Sonne, Schiefer! Schiefer! Dreckige Sonne, Schiefer! Was ist das für Ende? Und weiter! Schiefer! Alles im Griff! Dreckige Sonne, Schiefer! Tschüss! Jetzt krieg dich schon klein! Der Feind hat geschwächt! Gah! 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 Gatant! Schnell's jetzt! Gag mehr! Gah! Gah! Los, umsingeln! Etwa! Hau! Ah! Lief die. Du bohren mit dir! Huuuh! Uhuuh! Bring me sincer. Was? Tch- Uuuhhhh! 1, 2, 3, 2, 1! 1, 2, 3, 2, 1! Ha! Um die werde ich mich kümmern. Mir nach, Wuppies! Let's go. Let's go. Ich hab Läckerlis für mich, ich ein Bausis. Jetzt nicht schlappen. Du musst das beenden. Genug. Ihr sollt auch nicht mich fressen. Was ist das? Weiter. Was? Sie wird nichts abgeben. Alles geht. Tschüss. Mit ganz speziellen Pistapower. Ja! Ja! Wir müssen uns. Alles in dir. Wir müssen uns. Hör! 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 Keine Komm! Hör! 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 Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Bunkern die hier ihr ganzes Hasen nahe? Könnt ihr noch? Was denkst du? Allzeit bereit. Hab gerade was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheißen. Was? Vorbereitung abgeschlossen. Hör sie her! Sehr gut. Da sind noch einige Minen. Die Führung überlasse ich dir. Was ist das beenden? Sie werden ziemlich schwach. Sehr feinlich geschwächt. Ja. Die Führung überlasst. Das war's für heute. Und weiter. Und los! Es ist vorbei! Sehr gut. Volle Konzentration. Nimm das! Hab noch ein paar Mieten verteilt. Und noch ein Punkt für unser Team. Umzingeln! Na toll. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Du scheinst dich ja auch ohne dich schon köstlich zu öffnen, mein Freund. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funken in mir gezündet. Mein Herz schlägt im roten Bereich. Die freudige Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber... Seit Jahren kämpfe ich nur schon nur auf meinem Motorrad. Aber... Ich kann dir versichern. Selbst zu Fuß! Kenn ich kein Tempo-Limit! Endlich! Du und ich im Fähren stellen dich ein. Mein Freund. Gut. Achtung! Das war's dann! Bringen wir die Tachonabel zum Zittern, mein Freund! Jetzt raus, die Blinze! Wir brauchen Parzipa! Nimm das! Schnell, Bandido! Das war's, die Blinze! Achtung! Jetzt raus, die Blinze! Okay! Achtung! Schnell, Bandido! Das war's, die Marzipan! Ja! Das war's, die Krasse! Und weiter! Ja! Schnell, Robin! Ich bin bereit! Jetzt raus, die Blinze! Kalecke! Achtung! Was hat sie gemacht? Ja! Ja! Die Blinze! Das wird wehtun! Was? Alles im Glück! Schnell! Oh, mein Freund! Sieh! Was hat sie gemacht? Oh, mein Freund! Die Blinze! Ich bin bereit, sieh! Sieh! Jetzt los, die Blinze! Huh? Huh? Jetzt! Heiß nicht! Du kannst sie haben! Ich geb nicht auf! Jetzt noch nichts! Nein! 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 Kleine Show, fällig? Es ist vorbei! Bis hier und nicht weiter. Niederkommst du! Jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Ich bin ein Wunderschönen. Rückzug. Ja. Mensch! Hey, Cloud! Jetzt oder nie! Waffen runter! Ja, wir sind's! Konntet's wohl nicht lassen, was? Ihr wohl auch nicht. Los! Wedge, passiert nichts. Habe eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Butai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ach, mein Buch! Oh! Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Chor A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Chor B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawoll! Da seid ihr ja! Hey, hier drüben! Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Los! Alle auf ihre Position! Jawoll! Wär das nicht etwas dizenter gegangen? Naja, mein Ziel hab ich erreicht. Moor ist Wedge! Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Alles in Ordnung! Gut! Weiter machen! Verstand! Hey, Wedge! Alles klar? Ja! Ja! Boah! War ja mal wieder klar! Eine Kugel gefressen? War, glaub ich, ein Streifschuss! Mein Po! Au! Zeig mal! Was habt ihr hier vor? Das! Sieht fies aus! Ah! Fühlt sich auch so an! Das war doch kein Streifschuss! Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt! Du hast bloß ne Verbrennung! Ne leichte dazu! Ah! Mir ist ganz flau im Magen! Hey! Du kannst ja lachen! Los jetzt! Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Hey! Wenn euch das Video gefallen hat, dann scheut euch nicht unseren Kanal zu abonnieren! Mit den zwei eingeblendeten Videos könnt ihr euch außerdem weitere Inspirationen holen oder ihr geht auf unsere Webseite oder folgt uns auf Twitch! Die Links dazu findet ihr entweder in der Videobeschreibung oder in der Beschreibung des Kanals!